Wälder sind für Pflanzen und Tiere überlebenswichtig. Sie sind Lebensgrundlage für Millionen von Menschen und für uns alle. Denn Wälder sind die wichtigsten Klimaschützer. Sie speichern in ihrer Vegetation und ihren Böden große Teile des auf der Erde gebundenen Kohlenstoffs. Wälder steuern Verdunstung, Wasserkreisläufe und so das Wetter. Außerdem haben Wälder einen kühlenden Effekt auf die Atmosphäre. Weltweit werden jedoch in großem Umfang Wälder gerodet. Die Flächen werden für die Erzeugung von Rohstoffen genutzt. Zum Schutz unseres Klimas und der Biodiversität ist ein Übergang zu einer Erzeugung ohne Entwaldung oder Waldschädigung dringend notwendig. In der EU gibt es deshalb neue Regeln zu entwaldungsfreien Lieferketten. Sie sollen sicherstellen, dass bestimmte Waren, die in der EU in Verkehr gebracht werden, nicht zur Entwaldung und Waldschädigung beitragen. Unternehmen haben dafür künftig eine Sorgfaltspflicht zu erfüllen. Sie haben Fragen zur neuen EU-Verordnung für entwaldungsfreie Lieferketten der EUDR? Sie möchten wissen, ob Ihr Unternehmen betroffen ist? Wie Sie Lieferketten klimafreundlich und entwaldungsfrei gestalten können? Den Anforderungen der neuen EU-Verordnung gerecht werden? Das Online-Informationsportal ELAN unterstützt Sie dabei mit Informationen und Hilfestellungen, wichtigen Definitionen, Hinweisen zur Strategieentwicklung, Informationen zu Tools und Standards sowie Tipps für Monitoring und Berichterstattung. Machen Sie den Check Ihrer Rohstoffe und Lieferketten.